Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Lost Ember. Im letzten Part haben wir hier schon mal ein bisschen was gesehen. Ok, die Erinnerung hatten wir ja schon. Die waren eigentlich weiter vorne glaube ich beim letzten mal schon. Gehen wir noch mal da nach vorne, wo wir das letzte mal waren? Oder warten wir hier? Ja, nee, ich bin gerade verwirrt. Ich glaube schon, dass wir hier schon waren. Ja, hier waren wir schon. Genau, da war der Ententeich. Wir wurden scheinbar ein bisschen zurück gesetzt. Naja, mal schauen. Wo es jetzt dann weiter geht. Wir könnten ja da noch nach oben schauen. Das haben wir das letzte mal nicht getan. Okay. Hier oben kommen wir nicht weiter. Heißt, wir müssen hier unten weiter gehen. So. Hm. 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 Okay. Brauchen wir wieder. Damit hier das fliegen kann. Dann gehen wir doch zuerst nach oben. So. Noch ein bisschen höher. Und hier oben hin. Dann schauen wir mal wo es hier oben weiter geht. Okay. Hier ist auch wieder eine Gabelung nach unten und nach oben. Okay. Dann gehen wir erstmal. Aber da habe ich die Ententeich nicht bekommen. Ich wollte eigentlich schauen was dort hinten oben war. Wo wir ja nicht hingekommen. Wo wir ja nicht hingekommen. Schauen wir mal was. Hier oben noch alles ist. Außer eine Ente. Okay. 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 So. Mit der Ente können wir versuchen da. Dahin zu fliegen. Aber ich glaube mit der Ente können wir auch nicht. Nee. Mit der Ente können wir nach unten gleiten. So. Okay. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Ah. Okay. So. Ähm. Da hinten sehen wir noch eine Erinnerung. Sonst ist hier oben scheinbar eh nichts. Ähm. Brauchen wir doch eine Ente. Oder irgendeinen Vogel. Okay. Und das hier können wir auch untersuchen. Okay. Wir können schon auch Pilze finden. Hm. Okay. Hätte ich auch so rüber gehen können. Egal. Kürzen wir einfach mal ein bisschen ab. Und schauen wir uns die nächste Erinnerung an. Klar gedrückt halten. Die Soldaten des Herrschers nehmen sich alles. Diese Leute hatten ja kaum etwas. Das ist grausam. Okay. Ähm. Ähm. Ich will mal kurz die Musik ein bisschen runterdrehen. Wir hatten ja das nicht mein letztes Mal anders eingestellt. Egal. Stellen wir uns jetzt einfach nochmal um. Anwenden. Anwenden. Ja. Passt ein bisschen besser glaube ich. Anwenden. Und hier sind wieder diese Tiere. Die ich noch immer nicht weiß was sie jetzt eigentlich sind. Okay. Hier können wir weiter nach oben. Gehen wir jetzt einfach mal immer. Ähm. Es geht einfach nach oben. Okay. 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 Fliegen wir mal drüber. So. Um die nächste Erinnerung. Es scheint verletzt zu sein. Es scheint verletzt zu sein. Sie lassen es einfach so liegen. Zumindest war es nicht allein. Ist das ein Seelengeist? Wolf. Sie. Sein Geist steigt auf in die Stadt des Lichts. Wenn ich das nur auch könnte. Ein einfaches Nutztier schafft es in die Stadt des Lichts. Und ich bin immer noch hier. Findest du das nicht ungerecht? Tja. Schwierig. Ich hoffe wirklich, dass sie dich auch in die Stadt des Lichts lassen, Wolf. Sie ist ein wunderschöner Ort. Endlose Festmale mit den mächtigsten der Yanrana. Kolossale Monumente aus purem Licht. Und ein Tempel, der sogar die Sonne überragt. Ja. Wenn du das sagst. Oder sind wir von dort oben gekommen? Ich glaube wir sind von dort oben gekommen. Darum finde ich auch gerade keinen Weg hoch. Ähm. Das war gerade dumm. Wo komme ich zurück? Ähm. Wo komme ich hier wieder zurück ohne dass ich runterfalle? Okay. Ähm. Ich glaube das sollte nicht so sein. Ne, wir kommen hier nicht mehr hoch. Okay. Das ist. Mal praktisch. Mal schauen. Ob ich ihn mal laden kann. Okay. Ähm. Was sind die jetzt? Die sind jetzt wieder hier. Ähm. War das? Ne. Das war noch weit da oben. Wo wir zuvor waren. Die Erinnerungen da oben möchte ich nicht. Schauen. Ob ich hier irgendwie rankomme. Ja. Ich glaube fast nicht, dass ich da irgendwie noch hochkomme. Ach. Das wären hier ein paar Vögel. Damit wir mit den Enten ja nur nach unten kommen können. Okay. Hier gibt es schon mal so eine Art Maulwürfe. Hm. Auch cool. Vielleicht kann man ja mit dem Maulwürfe da hoch. Oder? Nee. Und den können wir uns auch nicht so runtergraben. Oh. Versuch was wert. Wir können uns hier unten durchgraben. Da wir sonst glaube ich nicht durch könnten. Okay. Wir können auch unterirdische Schütze finden. Die Menschen hier hatten nichts. Und trotzdem hast du mit anderen geteilt. Hm. Ist das Whaler? Ist das Whaler? Du siehst so schwach aus. Du musst essen. essen. Was denn essen? Es gibt nicht genug für alle. Das ist alles so falsch. Wir müssen sie aufhalten. Nichts wird sich ändern, wenn wir nur untätig rumsitzen. Nein. Nicht so. Du musst sie lehren. Sie werden es verstehen. Bitte. Verstehen? Sie verstehen gar nichts. Hör dir doch nur selbst zu. Gewalt führt doch nur zu noch mehr Gewalt. Ich kann nicht glauben, dass gerade du mir nicht beistehst. Gut. Ich werde das auch ohne dich schaffen. Was ist hier passiert? Es ist wohl vor langer Zeit niedergebrannt. Wolf. Ist das? Wolf. Ist das? Ist das? Ist das dein Zuhappen? Tut mir leid. Weißt du was passiert ist? Okay. Und die Kugel bricht weiter auf. Ähm. Tja. Wie geht's denn hier weiter? Hm. Okay. Müssen wir auch nicht. Was man auch jetzt schon ein paar Mal gesehen hat, ist das die Synchron nicht ganz zusammenpasst mit den Untertiteln. Aber ich glaube es sollte auch kein Problem darstellen. Ich meine es stimmt schon alles nicht schön, aber es ist auch nicht wirklich störend. Finde ich zumindest. Um. Müssen wir auch mit der Kugel. Ich bin ja über Frank-Line. Mhm. Wir haben unsere Kugel. Rund auf die Kugel. Ich bin ja überraschend. Ah, okay. Kurz hier hin. Ah, da noch drüber. Okay. Ich sag da jetzt einfach mal nichts dazu, dass die Enten einfach mal in der Luft laufen. Ich mein, das kennt man doch. Das ist ein ganz natürliches Phänomen, das nur alle 100 Jahre mal passiert. Und hier ist wieder ein Pilz. Verdammt. So, diesmal richtig landen. Und jetzt haben wir noch einen Pilz gesehen gefunden. So, ich behalte mal die Ente. Vielleicht könnten wir die ja noch brauchen. Ist zwar auch nicht so schnell wie der Wolf, aber man kann wenigstens damit fliegen. Was ja auch praktisch sein kann. Die Ausbeutung der Felder und des Waldes führte zu Seuchen und Hunger. Immer mehr Menschen wurden krank. Ja. 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 Dann haben wir schon mal eine Revolution angezettelt. Hm. War hier oben nicht auch noch eine Erinnerung? Oder war hier noch Atom? Okay, nee. Ich glaube das war einfach nur der Rauch von der unteren Erinnerung. Okay. Da kann man sich Tronto durchgraben. Oder... Einfach mal kaputt machen. Und hier haben wir die nächste Erinnerung. Allerdings würde ich sagen, ich beende den Part dann an dieser Stelle mein Video. Lasst es wie immer der Bewertung der Echo-Wertrufe freuen und wir sehen uns im nächsten Part von Lost Amber. Ciao.